Während der Corona-Zeit war auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft stärker gefordert als sonst. Sie wird jetzt in ihrer Arbeit von besonderer Seite unterstützt. Der SK Sturm ist nämlich der erste Botschafter für Kinder und Jugendliche in der Steiermark. 40 Sturm Graz Schultaschen und Aussichten auf Fußball für sozial schwache Kinder und Jugendliche. Der beliebteste Fußballklub der Steiermark als Botschafter und die Kinder- und Jugendanwaltschaft machen gemeinsame Sache. Kinder- und Jugendarbeit und auch das soziale Engagement ist schon tief in unserem Verein verwurzelt. Es ist sogar im Leitbild festgeschrieben und somit war es für uns eigentlich selbstverständlich bei diesem Projekt mitzumachen. Es freut uns sehr, dass wir der erste Botschafter für dieses Projekt sein dürfen. Je mehr Botschafter wir gewinnen, desto besser ist es, weil je breiter Kinderrechte in die Öffentlichkeit getragen werden, desto besser ist es. Und daher freuen wir uns über jeden Einzelnen, der Botschafter für Kinderrechte sein möchte und sein wird. Speziell Sportvereine sind oft ein Anker für die jungen Menschen. Ich denke, sie haben eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich mit vielen Entbehrungen. Und da ist es umso wichtiger, dass man um sie kümmert und schaut, dass man ihre Rechte vertritt. Die Schultaschen gibt es als Einstandsgeschenk der Blackies. Weitere Überraschungen sollen folgen. Ich glaube, dass viele Jugendliche Freitag mithaben werden. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht geht es einmal, dass man die Jugendlichen einmal einladen und starten. Jetzt ist es ja wieder möglich. Also da gibt es dann sehr viele Sachen, mit denen wir Freude bereiten können.